2025 herzelt sich das Ende des Deutschen Bauernkrieges zum 500. Mal. Anders für die Landesregierungen aus Thüringen und Sachsen-Anhalt das Thema, mit den Landesausstellungen Freiheit 1525 sowie Gerechtigkeit 1525 aufzugreifen. Der Thüringer Minister für Kultur, Prof. Dr. Benjamin Immanuel Hoff, betont, der Bauernkrieg hat in den vergangenen 500 Jahren eine vielgestaltige Rezeption erfahren, die uns bis heute beschäftigt. Werte wie Teilhabe und Gestaltungsmöglichkeiten an demokratischen Prozessen, gesellschaftlicher Mitwirkung und Meinungsfreiheit sind damals wie heute aktuell. Sachsen-Anhalt Minister für Kultur Rainer Robrer erinnert, dass Sachsen-Anhalt nicht nur Luthers Land sei, hier habe auch Thomas Münzer gewirkt. Die mehrteilige Landesausstellung Gerechtigkeit 1525 erinnert an den Bauernkrieg als einen bedeutenden Wendepunkt in der deutschen Geschichte. Vor 500 Jahren war das Streben nach Gerechtigkeit ein zentrales Motiv. Die Ausstellung unter diesem Thema verknüpft historische Ereignisse mit aktuellen Fragen nach individueller Freiheit, Toleranz und Partizipation. Alle Informationen dazu finden sich unter www.gerechtigkeit1525.de slash Landesausstellung. Thüringen sieht sich als Schauplatz der ersten freiheitlichen Bewegung, das als finaler Wirkungsort des radikalen Reformators Thomas Münzer. Die Landesausstellung Freiheit 1525 richtet den Blick auf diese erste freiheitliche Bewegung der deutschen Geschichte. Die Ereignisse in Thüringen vor 500 Jahren wirkten sich auf weitere deutschsprachige Regionen zwischen Main und den Alpen aus. Das thematisiert die Ausstellung. Weitere Informationen finden sich unter www.bauernkrieg2025.de Und die Bedeutungen der Weichen desppedьяns hier. Weitere